Vermutlich haben die meisten der hier Anwesenden am Sonntagabend das Kanzlerkandidatinnen-Duell angeguckt. Und was für mich erstaunlich empört war, dass in anderthalb Stunden die beiden Kandidaten nicht ein einziges Mal über Klimakrise gesprochen haben. Nicht ein einziges Mal über Umweltprobleme, Ressourcenprobleme. Ganz zum Schluss hat die Kanzlerin gesagt, Ökologie und Ökonomie beißen sich nicht. Das war sozusagen das Einzige an diesem Thema. Und da kann ich nur sagen, wenn Sie die zwei Parteien wählen, dann kommt genau das raus. Und wenn Sie aber glauben, dass es auch eine Klimakrise gibt, dass wir eine Armutskrise haben, dass wir eine Gerechtigkeitskrise haben, wenn Sie glauben, dass man da ansitzen muss, dann glaube ich, dass die Grünen dafür ein ziemlich gutes Angebot haben und zwar ein sehr differenziertes Angebot. Wir haben auf 250 Seiten einen grünen neuen Gesellschaftsvertrag formuliert, der für alle Bereiche Strukturvorschläge gemacht, Reformvorschläge gemacht, der einige wichtige Prinzipien etabliert. Zum Beispiel, wir wollen nicht mehr zulasten zukünftiger Generationen leben, wir wollen nicht mehr zulasten andere leben und wir wollen nicht mehr auf Kosten von Umwelt und Klima leben. Und das ist möglich. Das Gute ist ja, dass wir alle Ressourcen, alle Technologien haben, alle Mittel haben, rauszukommen aus dieser Krise durch eine ökologische Revolution im Bereich der Produktion, aber auch im Bereich der Dienstleistung. Wir können Klimaschutz, neue Arbeitsplätze miteinander verbinden, aber da gehört auch dazu, die Konzepte der sozialen Gerechtigkeit, wir wollen alle mitnehmen. Denn die gesamte Veränderung dieser Gesellschaft gelingt nur, wenn wir Leute nicht links liegen lassen, wenn wir auch die Ausgegrenzten mitnehmen, wenn wir auch jungen Leuten eine Chance geben, wenn wir eine Bildungsoffensive starten, die da auch sozusagen Unterstützung gibt. Denn eins ist schon klar, wir kriegen das Ganze nur hin, wenn wir insgesamt auch bewusster leben, mehr wissen. Und wenn jeder Einzelne sich klar macht, dass die Politik alleine das Problem nicht löst, die Wirtschaft alleine das nicht löst, wird sie uns auch auf dem Lebenswand, dass jeden Einzelnen ankommt. In diesem Sinne bitte ich um zwei Stimmen für Grün und dass Sie mitmachen beim Dream New Deal. Vielen Dank.